da sind die vier Kinder mit dem Mann schreibt wenn du mit der Diener nur die Kinder Wormann kompakt ich will wenn man wenn man ich will ich nur bin wenn man vorher gekifft hat und ich dann sprach mit der und nach kurz nach oben in der freundlichen noch weiter ja das ist bei der Nähe der Welt und meine Damen und auch mehr ja okay ich bin auch manchmal so eine Behinderung und so ich bin eine Behinderung und mach das immer im Bett ja bei Schmina ist das ja auch so ne ähm wenn sie spurt unter der Decke dann kommt der da bewusst nicht hoch und so ne aber wenn dann die Decke hoch und dann hat sie sie wundert warum auf einmal die Störter hochkommt was ich überhaupt nicht verstehe aber dann weißt du was sie kurz die ganze Zeit aber das geht dann nicht vor mit spurt oder so und das hier wäre ja zu gut guck mal ich war ich war seit 10 Monaten mit Ossi zusammen ne denkst du ich vergleiche mir einen ganzen Tag lang das Furz mit meinem Erd-Ausfuhl ja ist was wenn du bist oder gar nicht du war der perfekte denkst du mit Schettel gefurrt mit Schettel gefurrt mit Schettel gefurrt vielleicht hat er diese Sicherung mit ich kann es wahrscheinlich auch nicht mit Schettel heiliger an Polen an Polen nicht mehr nicht mehr in Erd-Ausfuhl nicht mehr was machen wir ich gebe mir noch mal was auch noch Magda Magda ja bitte gib mal bitte Magda 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 Ich sitze hier und höre euch zu. Ich filme euch dabei, wie ihr über mich lästert. Das ist nicht so nett von euch. Ich bin ehrlich. Das einzige Spurwurm, wo ich mich fast auf den Boden gelegt habe und mich tot gelacht habe, war, was spricht eigentlich zu mir? Sein Mutter mal oder sein Mund? Ey, da konnte ich nicht mehr. Ich bin den Spurkiller, ey. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Einbildung ist auch eine Bildung. Da wäre ich voll sauer gewesen an ihrer Stelle. Ja, da haben wir uns doch gestritten. Ja, und? Das ist ein Quatsch. Ja, da hatten wir doch Streit. Ja, und? Ja, warum, ja? Das war doch... Vor Anlassgeburt verraten wir uns doch so voll in der Haare. Ja, da habe ich doch viel gesagt. Ja, was deine Mutter kommt mit? Ja, die denkt, dass die auch auf. Das weist die auch. Ey, du sagst mal, die 1.5. Ja, die 1.5. Macht das nicht mal auf. Das ist blauer, du sagst. Was hast du gesagt? Achso, von meiner Mutter. Nicht nur. Das sind jetzt beides deine, ne? Nein, die eine war deine, war ein paar Drehnungen von ihr. Ja, oder so. Dein Handy. Ja, und? Ja, geh dran. Nee, du hast ja mehr Stress. Aber... Ey, ich wohne. Ja, man, die kippt hat mir. Das kippt mir doch. Magda, du hast noch nie gekifft. So nebenbei. Magda denkt, die wäre kippt. Na, Magda denkt schon hier. Nee, du denkst von... Also, ihr denkt, ich habe nicht gekifft, heißt das auch, dass es stimmt. Ich denke, ich dachte, ich meine, ich weiß, ich kippt. Mein Krami. Ja? Halt. Ja, wann denn sonst? Selina hat helfen, bitte, mit ihrer Mutter. In vier Minuten bis Halt. Ja, die kann ich auch später holen. Ja, wann willst du denn kommen? 10 Uhr ist gut. Wir gucken gerade eh nicht mehr. Zehn Uhr. Zehn Uhr. Ja, wann willst du denn kommen? Zehn Uhr? Und nach Viertelstunde? Also um Viertel vor zehn. Ja, okay. Dann bringst du Steffi noch das Stück mit runter, ne? Ja. Ja, ist okay. Tschüss. Na mal aus. 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 Vielen Dank.